Jetzt hat mein Körper sich durch Auflöselung, Aufdröselung des Knotens wieder selbst etwas repariert und in Freude versetzt, sodass man wieder Hoffnung hat, das noch zu Ende zu bringen, zu vermögen, den Mut und den Willen dazu zu haben, in dem es sich einbildet, dass das etwas Sensationelles, Neues wäre.